So, wir wollen uns die kleinen Jaberrausdrausen. Heute gehts wieder weiter mit der neuen VOR. Bayern, der guten Ebel. Kontoidentifizierung. Ok. Oh mein ich gerade nicht. Haben wir genügt. Ist das hier? Ah, guck mal, Alter. Ich hab die Kreatur gefunden. Ja, Sir. Spatz. Eins. Gute. Also, ich hoffe mal, dass das jetzt die Kreatur war, oder? Ne, da unten ist auf jeden Fall nur eine. Was passiert, wenn ich jetzt wieder zurückgehe? Bin ich doch nicht hier irgendwie? Magic on Magic? Ok, ich bin zu nah dran gewesen. Warte. Ich darf da nicht zu nah ran. Ok, ich verstehe es. Es läuft. Ist wahrscheinlich so ein kleiner... So ein klitzekleiner Kreatur. Team nicht auflösen. Carsten und Pieter Seite 823. Jetzt hast du hier stehen bleiben. Ach, was ich schon... Geschickt. Da fühlst du mich doch verarschen. Warte mal. Versuchen sie mal anders da. Hier wohnt ich vielleicht. Warte mal. Warte mal. Fotografiert. Ok. Ich... 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 Füge das in die Liste ein. Nicht... Siehst. So. Das heißt, also ich habe mich jetzt einfach an die Stelle hingestellt, habe mich da hingestellt, so und dann... Bats. Bleib fotografiert. So funktioniert das Ganze jetzt voll schnell den Dicken. Oh, scheiße. Das wollen wir schnell den Dicken holen und dann geht es wieder weiter. So, Jungs, wir sind den Dicken wieder dabei und wieder zurück in die Zentralhalle. Aber das ist jetzt ein riesen... Tag, wie geht es euch? Bapp. 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 Du solltest auch noch mal richtig guten Schlag und zwar direkt dann. So... Und jetzt? Was ist schon richtig? Ach, guck mal hier mit Karten. drei eger die karte ist das nicht praktisch das kann ich dir mit den anidoten auch ne drei eger der karte geben sollen wir uns mal wie waren das nicht mal wie waren das nun mal welche typ waren die karte und davon dürfte ich jetzt zwei haben einen dann passt das durch an heute was wir alles haben wir haben schon viel zeug so pärle schnabuliert nicht mehr weil die diesmal berlin hier ist es mein berlin gibt es keine norma spiel speichern der kasse lag wenn wir es so alles einleitiges mal speichern aber ja leute gespeichert ist gespeichert kann man leider keine zwei drei oder vier oder fünf irgendwie klar das gefühl das gefühl brauchst du mal keine kleine mehr kauf mal doch noch mal welche jetzt eigentlich geld sparen dass du ein bisschen was hast du dir das weg dann können wir unser leben aufteilen auf zwei jahre stopp sowieso meistens deswegen ich brauche einen besonderen schlüssel misst du hast du hast den besonderen schlüssel ich hab dich gegeben in der offiziersschule lernt man so etwas erst im dritten jahr ich bin tot der laser durchgestritten ich bin tot der laser und ich sprinte da durch den laser schau mal krass grau hier ja ouch ich bin auch eigentlich befehlen dass er das auf da aufdruck kommt weil das ist halt so ich stehe hier schmiere ich verstehe aber ich finde nicht dass du schmiere stehst was macht das jetzt so richtig unauffällig auffällig da kommt was geflogen da kommt was geflogen ist hier vielleicht eine baranko 10 39 drin das sprecher wohl noch lebt alles andere kennt die leute leben ja nie lange die leben ja nie lange stellen wir sofort page musste all dies auch durchmachen ich hoffe erst noch ein leben weiter jetzt hier weiter jetzt ist wieder zurück oder wie und das war's das schon alles wie es wird noch mehr sein können wir sind jetzt hierher gekommen mit einer karte und eine kugel hat sich gelohnt in der letzten folge in der vorletzten folge sorry da hat sich das gelohnt da wollte ich mir die kugel holen aber nein jetzt kugel holen na gut gehen wir einfach weiter die kugel holen die kugel holen die kugel holen die kugel holen das ist hämmer nicht ja du bist eine kugel ist aber das ist tochter das ist immer so ein typ ich mecker viel aber trotzdem hat mich alles gehören genau so einer ist das aber egal leider weg schlau ich habe schon fotografiert fotografiert habe ich euch schon was drin ist man ja sagt das kann man da rein nutzen zack berühmt sich mal hinter man hinter mein hintern allo mein hintern ich werde ich werde mir der wert schickt 60.000 oder wie zack ich glaube da werden die genug in der geschickt okay ich verstehe auf jeden fall wie es läuft aber erstmal ganz kurz was gucken hier ist nichts okay dann ist hier bloß angesagt dass ich jetzt durchkomme ich komme auch so durch ich habe gesagt wie kommt er so durch überrasch egal wir haben es trotzdem geschafft egal wir haben es trotzdem geschafft da können wir kaufen gehen oder 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 ich habe es immer noch mit dem der München die 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 eine büchse kaufs stellt die lebensenergie vollständig wieder her haben 31 kaufs alter jüngst wieder die kann man wieder verwenden wir kurz am kurz von abnippeln sind prinos mit jeder verwendet in großen menge die körperchen das ist eine art hinein in seinem bild hat es auslöschen auslöschen das war die nicht der speichern können damals war es praktisch damals war das sehr praktisch jetzt ist es jetzt ist es halt da wir können hier hin kapitel aufzug gefahren ich bin dort runter okay da kommt nicht runter so die roten gehen aus interessant ja auch selber gehen ach so dass die das auch nicht aus und hier dreht was da habe ich jetzt werden mutter richtig geil oder einer spieltyp da unten da kommt noch mal so eine backstory reingeknallt das spiel von dem ball das ist so geil aber natürlich denken daran nicht ich jetzt instant gemacht ich jetzt instant gemacht könnte ich so steht ich jetzt ist nicht gemacht wir kriegen eine dekale aufs hinterlegt das ist aber es wird auch drunter hier alles ach so deswegen alles gar kein problem da war ich kein fachsum geht mal gar kein problem was ist hier ein paar booster kapseln es würde mal leben aus booster kapseln bestehen kurz verhindern hast du mehr leben als alle sagen was auch hier sind oben und hochgegangen oder fahren könnte ich von hier oben schon ein paar auslösen erscheint nicht nicht wahrscheinlich kassel weggeknallt okay das ist das ist ein asi ding sehe ich schon das ist das asi ding weil ich irgendwas mit bemerkt ich habe einen arsch ich verstehe wie es läuft durchschlagen durchcarry du bist halt selbst wenn ich die anrücken schlagen sollte dass er dann eben chaos in der weile dann gibt es halt eben probleme weil die wollen sich ja gegenseitig dann retten aber wir können es auch trotzdem ausprobieren das weg ist das weg das musst du nicht mehr retten das gucken dass der vielleicht so dumm ist klettert so hoch läuft dann die richtige richtung und dann können wir den auch weg snacken ach du lauf den kurzen weg dann lauf den kurzen weg snack ich dich jetzt auch weg ich snag euch alle weg einfach weg ach geil er denkt sich so ja die kaufe ich mir ich bin weg du machen nix du bist der arme mann wir kommen da vorbeigedackelt einfach mitgenommen das mitzunehmen hat seinen preis ok ist viel zu schnell aber ich habe noch mal eine idee ich glaube die steht da nicht grundlos ich schätze mal die kriege ich ich habe vielleicht einiges vergessen aber so viel habe ich jetzt auch nicht vergessen tritt dass sein leben alles sehen kann aber leider nicht mehr da ist nicht so lustig jetzt auch ab und verschweinchen aus und zwar es war auch so jetzt nicht nachgucken die kommentare und lust dazu nachschauen ob das schon vorher auch so war oder ein bildung ist mir auch eine bildung derzeit derzeit ich bin zu viel zeug da auf jeden fall aktuell noch nicht erst in die roten strahlen die alle deaktiviert aber null ahnung wo ich ihn lauf leute ich weiß aber im nachhinein nicht nur ob man da hin kann nochmal aus und wenigstens problem wahrscheinlich ich weiß nicht, das habe ich schon gebraucht, oder? da habe ich schon gebraucht, ja ich wollte gerade nach oben drücken und mit der zeit und mit der zeit was habe ich gekauft und vollgas ich bin der verdirbnis kreise kreise der verdirbnis ja, ich weiß, das ist geil so, machen wir den hier aber leider kasteel, kasteel, kasteel treten ja, sie kommen in der zentralhalle aus ok, komme ich jetzt auch mal dazu was soll ich denn das hier ach scheiße was ist hier weg? es funktioniert krasser boi Ja, die bebomben mich hier nur. Ja, es funktioniert auf jeden Fall. Gleich wegtreten. Zum Besten. Oh, die andere Richtung muss ich auch mal angegeben. Vielleicht sollte ich auch wirklich zurück. Ja, weil wirklich jetzt gerade die Befürchtung, dass wir am Ende nicht mehr da hinkommen. Es ist in solchen Spielen ja so normal, dass wir am Ende da nicht mehr hinkommen. So, wir machen jetzt einfach hier den Zwischenspeicher. Und wenn wir da nicht mehr hinkommen, dann... Boah, das ist jetzt mal einfach so. Ich hoffe, die hat juckt mich nicht. ... 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